Zwei Raben auf Odins Schultern sitzen, doch der Morgen trägt sie nach Midgard, um alles treibende Menschen dort zu sehen, als Hugin und Munin, Tag um Tag. Von Loki zum Sterblichen gemacht, fliegt Munin, Odins Erinnerung nicht mehr. Midgard bis Asgard, neun sind's im Baum, dem Raben neun Welten, wo Federn fielen. Und damit, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen bei Munin! Ein wunderschönes kleines Spiel, das ich von der lieben Dari geschenkt bekommen habe, vielen Dank dafür nochmal, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Deshalb spielen wir das einfach mal ganz kurz an. Ich zeige euch mal die ersten Level, es ist ein schönes kleines Rätselspiel. Und dann, wenn ihr möchtet, könnt ihr das selbst mal ausprobieren. Götter formten Erd aus Ymir's Fleisch, um seine Knochen wurden Berge, der Himmel des Frostriesenschädel und sein kaltes Blut füllte die Meere. Burstsöhne erhoben flaches Land, sie schufen Midgarder, mächtig und schön. Mundil Ferry gebar die Sonne und so golden schien auf grünes Gras. Und das da sind wir. Und wir müssen diese Federn aufsammeln. Ihr seht schon relativ einfach, woraus das Spiel besteht. Wir können die meisten Elemente drehen, sodass wir da auch hinkommen. So, Federn aufgesammelt, weiter geht's. So, ähm... Schauen wir doch mal. Da kommen wir hin. Die haben wir eingesammelt. Und... Und die auch. So, jetzt wird's schon ein bisschen kniffliger. Erstmal holen wir uns die hier, die ist so einfach. Ähm... Gut, hier sammeln wir so ein. Jetzt, ähm... Hm... Okay. Wieder zurück. Dann können wir uns die aufsammeln. Elemente, in denen wir uns befinden, können wir natürlich nicht bewegen. Aber, das sollte gehen. Sehr schön. Sehr schön. So. Okay. Dann schauen wir doch mal. Äh... Autsch. Das hat wehgetan. Das war zu kurz gesprungen. Und jetzt krieg's grad gar nicht mehr hin. Na, wirst du wohl... So. Das hier drehen. Schon mal eine einsammeln. Können wir die irgendwie so drin? Ja. Können wir. Auch eingesammelt. So. So können wir die nehmen. Jetzt müssen wir an die hier noch drankommen. Das können wir so machen. So. Haben wir... Klettern wir wieder hoch. Nein, nein. So. Okay. So, hier kommen wir im Augenblick nicht dran. Aber hier hinten. Das heißt, die würde ich jetzt zuerst erstmal holen. Schauen wir mal. Nein, so stürzt ich in den Abgrund. Und... Äh... Hm. Ich kann's natürlich einfach mal mit Hochhilfen versuchen. Ja, perfekt. Gut. Irgendwie muss ich da hochkommen. Hm. Hm. Also so schon mal nicht. Auch nicht. Tja. Hm, hm, hm. Damit komme ich nicht weiter. Ach, natürlich. Äh, ja. So. Die hab ich. Dann das wieder drehen, sodass ich da hochkomme. Und jetzt das drehen. Manchmal ist die Lösung einfach zu offensichtlich. So. Okay. Hm. Hm. Ach, jetzt. Diesmal hängen immer zwei zusammen. Okay. Das hängt mit oben links zusammen. Okay. Verstanden. Und das damit. klettern wir hier erstmal nach oben und holen uns die da links. Dann holen wir uns die. Dann holen wir uns die. Das ist noch relativ einfach. So. Die komme ich mutmaßig an, indem ich da runterhopse. Gott. Das heißt aber erstmal... Nein, Moment. Und wieder drehen, dass ich da hochkomme. Äh, ja. Das war jetzt doof. So. Jetzt drehen wir das. Und holen uns die letzte Feder. Sehr schön. Tja. Und jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Erstmal gucken, was zusammenhängt. Die beiden hängen zusammen. Die beiden hängen zusammen. Das heißt, die beiden hängen zusammen. Okay. Holen wir uns erstmal die, die wir uns holen können. Ach, da geht es gar nicht weiter. Okay. Ähm. Drehen. So. Hab ich. Mhm. Ups. Okay. Das geht so schon mal nicht. Aber der Anfang war schon mal gar nicht schlecht. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. So. Haben wir. Und die da unten können wir uns auch noch holen. Sehr schön. So. Jetzt drehen wir das Ganze. Dann können wir uns die nämlich auch noch holen. Wir müssen uns dann nur noch Sorgen um drei Stück machen. Ja. Und eigentlich hätte ich ja einfach rüberlaufen können, ne? Ähm. Äh. Zu offensichtlich? Puh. Okay. Wie kriege ich die denn? Ah, natürlich. So. Sehr schön. Hab ich. Wieder drehen, dass wir nach oben kommen können. So. Der bewegt sich mit dem. Habe ich. Dann gehen wir hier rüber. Dann können wir den wieder drehen. Ah. Ah, natürlich. Okay, es gibt hier nur drei Fehlern. Die sind alle hier. Das dreht sich zusammen mit dem. Okay. Okay. Ja, ich würde mal sagen, das könnte es auch schon gewesen sein. Moment. Nein, Moment. Das hier sind Stacheln. So komme ich dann nicht durch. So auch nicht. Huh. Okay, das war zu einfach. Ich versuche es trotzdem nochmal. Ja, funktioniert nicht. Gut. Dann wissen wir das. Okay. Okay, so komme ich da nicht einfach hin. Der hier oben dreht sich mit dem zusammen. Okay. Das sind doch schon ein bisschen bessere Herausforderungen. Aha. So, natürlich. Ein bisschen besser zielen. Sehr gut. Und wir haben es. Oh, hä. Das wird aber jedes Mal komplizierter hier. Okay. So. Ah. Okay. Gut. Ah. Okay. Nummer eins haben wir schon mal. Hier mache ich offensichtlich was falsch. Ah, schau mal jetzt mal weiter. Die kann ich mir einfach so jetzt holen. Das ist super. So rum. Nö. Hm. Hm. Gar nicht so einfach. Hm. Tja. Wie sieht ihr was? Ich komme gerade nicht auf die Lösung. Und ich wollte es für euch ja nur um einmal ganz kurz anspielen. Dementsprechend, wenn ihr da mehr von sehen wollt, schreibe ich vor, ihr holt es euch selber. Das ist gar nicht mal so teuer auf Steam. Ist sehr, sehr hübsch, wie ihr seht. Mir gefällt auch die Grafik sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit mir, das hier mal auszuprobieren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Projekt wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.